Willkommen zu FN24 Audi Karriere. Wir sind heute in Spielberg und ihr wisst was das bedeutet. Der nächste Sprint steht an und ich kann euch wirklich versprechen, das heutige Rennen wird nicht ein 08 15 Rennen, denn wir haben heute wirklich alles dabei plus einen packenden Endfight im Regenchaos. Also bleibt auf jeden Fall dran, abonniert gern kostenlos den Channel und schaut auch gerne auf Instagram vorbei. 4,3 Kilometer, 10 Kurven, 3 D-Restzonen. Spielberg ist wirklich meine absolute Lieblingsstrecke und nicht nur, weil ich überzeugter Österreicher bin, sondern auch weil diese Strecke wirklich alles bietet und man kann hier wirklich verdammt gut überholen, kann aber auch leider sehr gut überholt werden. Jetzt geht es mal los, ab ins Qualifying für den Sprint. Durch die letzte Kurve durch geht es jetzt Richtung Turn 1, die Nickelauder-Kurve. Eine ganz, ganz schwierige Kurve, wenn nicht sogar die schwierigste des gesamten Circles, für mich zumindest. Erste Kurve gut ausgenutzt, guter Exit, hier 4 Minuten sinkt noch auf der Uhr drauf. Das ist mein erster Run und auch mein schnellster, weil ihr wisst ja, man bekommt nur einen roten Satz Reifen. Jetzt geht es rauf, also hier in die Haarnadel-Kurve rein. Spätbremsen ist hier gut, ein bisschen Channel verpasst, sonst aber trotzdem eine echt extrem gute Runde bis jetzt. Purple im ersten Sektor, natürlich sind auch die anderen noch nicht gefahren. Ich habe mir jetzt extra Zeit gelassen, um jetzt hier in der Zwischenzeit zu fahren, wo die anderen nicht fahren. Jetzt sind wir hier durch diese Rauchkurve durch. Jetzt geht es also in diese Links-Links-Bullen-Kurve rein. Links haben wir die Tribüne von Max Verstappen und natürlich auch der Bulle an sich. Hier nur nicht zu spät einlenken, rechts dafür den ganzen Körbchen mitnehmen, voll drüber gefetzt, nur nicht den Unterboden beschädigen. Ab in die spektakulärste Kurve. Jochen Rind-Kurve, Full Speed rechts, vielleicht einmal kurz lupfen, mal gucken, wie man drauf ist. Letzte Kurve, ganz ausfahren und mal schauen, wo bleibt die Uhr stehen unter einer Minute sechs. Ausreichend. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Russell, der Professor, Oscar Piastri, Hamilton, Norris, Sainz, Gasly, Perez, Fernando Alonso, Hülkenberg, Ocon, Riccardo, Stroll, Bottas, Joe, Zunoda, Magnussen, Albon, Sargent und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Was für eine Riesenüberraschung. Es ist der vierte Platz geworden, straffbedingt. Lights out und let's go. Der nächste Sprint steht hier an und das in Herzen der Steiermark. Wir kommen besser weg als Louis Hamilton und sind hier bereits auf dem dritten Platz vormarschiert. Charles Leclerc drückt uns ein bisschen die Tür zu. War aber auch jetzt nicht genug Platz, um da reinzuhalten. Das ist natürlich nicht gut, dadurch hatten wir auch keinen guten Exit für diese lange Geraden. Und George Russell ist jetzt wieder hier in Schlagdistanzen. Spät gebremst, hier innen genug Platz gelassen. Der gelbe Reifen, das wird auf jeden Fall eine Challenge werden, diesen Reifen acht Runden am Leben zu halten. Wir kommen hier mal vorerst mit dem besseren Exit raus. Sind auch noch im DRS-Fenster zu Charles Leclerc und wären aktuell mal auf Platz 3, Leute. Und das beim Heimkampri. Wir sind beflügelt von unseren Fans hier. Und da geht Russell mit der einmal kompletten Querbahn. Will er da uns angreifen? Geht aber nicht. Jetzt hier runter, den Körper mitnehmen. Immer Charles Leclerc am Fokus haben und hoffen, dass das heute so ausgeht, Leute. Das wäre eines der besten Rennen überhaupt. Aber das Hauptrennen natürlich dann nochmal ein Highlight. Aus der letzten Kurve raus hier. Full den Körper mitgenommen, rausgerutscht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das war nicht so toll. Aber trotzdem. 1-10-3. Max Verstappen zieht vorne davon. Aber Charles Leclerc, glaube ich, den könnten wir uns hier packen. Da ist noch einmal der Start. Wir kommen besser weg als... Das war nicht Hamilton, das war Russell. Tut mir leid, da habe ich mich verguckt. Wir kommen besser weg als Russell. Will hier da reingehen, aber das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Denn das kostete mehr Zeit und Ärger, als es mir gebracht hat. Und man sieht es dann auch. Die Russell-Angriffe. Jetzt sind wir in der dritten Runde, ah in der zweiten Runde. Das DRS ist bereits aktiviert. Wir dürfen den Berg rauf jetzt mal naschen davon. Jetzt geht es hier Richtung Charles Leclerc. Wir saugen uns hier dran. Der setzt kurz auf und Richtung Harnadelkurve geht es nebeneinander rein. Reicht noch nicht ganz. Den Scheitel verpasst und ein bisschen auf den Sorsuchskrub gekommen. Jetzt aber. Vielleicht reicht es hier um, runter in die Kurve. Jetzt setzen wir uns neben die Moneygasten. Wer bremst später? Ich lasse in der hinten. Genug Platz zum Atmen, aber er will da anscheinend den Pampakar spielen. Da machen wir jetzt die Tür zu. Und sind zweiter Platz in Spielberg, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, da sollten wir nicht oft drauf fahren. Das ist der zweite Platz aktuell in Spielberg. Was für ein unfassbar geiles Rennen bis jetzt. Also dieser Sprint könnte tatsächlich mein bestes Ergebnis widerspiegeln. Jetzt geht aber Charles Leclerc wieder an der Innenseite vorbei. Ich dachte mir so, vielleicht gibt es den Switch. Aber ich wusste natürlich auch, dass das keine einfache Sache werden wird gegen Ferrari, gegen Mercedes, gegen Red Bull und auch McLaren. Hier vorne kämpfen zu müssen, das wird nicht einfach. Aus der letzten Kurve beziehungsweise jetzt in die erste Kurve rein muss der Exit stimmen. Der war toll. Jetzt dürfen wir auch wieder die US aufklappen. Leclerc darf es nicht. Wir gehen Richtung Berg rauf. Mal schauen und das zieht jetzt mal in einerseits George Russell vorbei. Damit habe ich ja sowas von nicht gerechnet. Und der bleibt. Der ist gekommen, um zu bleiben. Das hilft natürlich Leclerc, der mittlerweile jetzt fast acht Zehntel hier weg ist. Jetzt schießt sich, drückt sich, quetscht sich Russell hier vorbei und das war es mal vorerst. Vierter Platz nur noch. Schade, aber ich probiere natürlich dran zu bleiben, das DRS mitzunehmen und vielleicht dann in ein, zwei Runden wieder angreifen zu können. DRS-Management ist natürlich in Spielberg auch eine Riesensache, während mich hier mich mal ein bisschen fassen muss. Natürlich ist das etwas enttäuschend, aber wir sind aktuell nur auf dem Platz, von dem ich gestartet bin. Also das war bis jetzt eigentlich ein perfektes Rennen. Da probiert es der nächste Jahr, Lendomann. Da reingehen ist er noch ein bisschen fahrlässig. Das ist nicht gut. Das hilft uns auch nicht. Das DRS ist mein Lebensretter. Deswegen muss ich auch gucken, im DRS-Fenster zu bleiben. Wir springen hier in die Replay noch einmal rein. Das ist die zweite Runde und da gehen wir an Charles Leclerc vorbei. Wir setzen uns hier rein und da geht es zu dritt in die Kurve runter. Deswegen, ja, Russell hält da einfach mal drauf für den Vollsoziopath. Also das habe ich gar nicht so gesehen vorher, dass es wirklich eine unnötige Blödheit. Hier haben wir dann diese Situation gegen Landon Norris und ja, der hält dann da hier wirklich komplett drauf. Ich denke mir so, ja, der gibt nach. Aber nein, der hält hier wirklich voll Gas drauf. Also damit hätte ich auch nie um Leben gerechnet. Ganz und gar nicht. Wir sind hier auf dem vierten Platz und ja, es hat nicht mehr sein sollen. Wir kämpfen mit dem Reifen, mit dem Otto, aber vor allem auch natürlich mit Sainz im Hintergrund, der mittlerweile hier ja zu einer riesen, riesen Gruppe angehört, die mich hier probieren zu überholen. Jetzt hält der hier wieder drauf. Wir können aber an der Außenbahn hier, oh mein Gott, da gibt es den Schlag von hinten. Wir können aber an der Außenbahn hier immer ein bisschen wieder dranbleiben. Doch das wird keine einfache Sache. Der will unbedingt unseren Platz hier haben. Berg hierauf müssen wir in die Drehkiste greifen. Ich probiere hier nach innen zu gehen und das wird wirklich eine enge Sache, Leute. Zutritt in die Kurve rein. Und wer hat hier wirklich den besseren Exit gehabt. Es war eindeutig, wer ist denn das? Carlos Sainz. Ja, ich probiere ihn da so ein bisschen zu, ja, malträtieren, aber das hilft nicht. Sainz ist wirklich übermotiviert. Der will hier unbedingt vorbei. Er weiß natürlich auch, der hat die Chance, das Zeug und auch das Material dazu, in Gegensatz zu meinem Scheißhaufen hier. Also am Anfang kann das Auto wirklich gut mithalten, aber dann ist natürlich bombte Reifenverschleiß und auch so ein bisschen der, ja, Energieunterschied, würde ich mal sagen. Der Motorunterschied, der ist dann wirklich signifikant und das kostet dann natürlich viel Zeit. Ich ahne hier, Wittere, rieche so ein bisschen, Fettpunkte in diesem Sprintrennen, aber das könnte natürlich jetzt wirklich ein Tanz auf der Messerschneide sein. Ich glaube, nein, der Arm, jetzt schaltet Carlos Sainz aus. Ja, waren auf jeden Fall ein paar schöne Sachen dabei. Natürlich ist nicht immer alles sauber und wir kennen das auch von der echten Farmlands, dass auch manchmal den ganz großen Jungs was passiert, weil, ja, das eine oder andere Mal eine Berührung oder so zu haben, das ist eigentlich völlig normal und ich glaube auch, dass das zum Racing gehört. Jetzt sind wir hier in der letzten Runde und Lewis Hamilton hat es tatsächlich geschafft, sich an uns da vorbei zu quetschen. Wir haben das nicht mehr kommen sehen. Die Divebomb des Todes. Es gab wirklich keine Berührung bei dieser Divebomb und so sichere ich mir dann doch noch vielleicht den vierten Platz. Wird das reichen, um die Divebomb hier durchsetzen zu können? Das funktioniert wirklich. Das hat mal richtig gebombt. Also wow, was für ein geiles Manöver. Hamilton viel zu früh gebremst. Der hat doch nicht damit gerechnet und der will hier auch nicht angreifen oder kann nicht angreifen. Max gewinnt das wirklich, ja, problemlos. Der hat da wirklich keine Konkurrenz. Wir gehen aus der letzten Kurve raus, bieten noch einmal und es reicht. Wir holen den vierten Platz bei unseren Heim Grand Prix im Sprint. Ich bin, will noch viel mehr, weil ich mir wirklich angeguckt habe, was in diesen Rennen drin war. Ich freue mich extrem. Das könnte wirklich eines der besten Wochenenden, der bis jetzt den neue Karriere sein. Wir gucken uns natürlich auch den Punktestandard nach diesen sehr, sehr genialen Rennen und da sehen wir. Fünf Punkte gibt es auf unser Konto drauf und gerade für den engen Kampf da hinten mit Pierre Gasly, mit Lance Stroll, mit den beiden Alfa Tauri-Jungs, ja, Racing Bulls-Jungs, ist das wirklich Gold wert. Jetzt geht es in meine finale Qualifying-Runde. Aus hier raus, der Kurve, sehr hardcore drüber, das kostete auch eine Zehntel und dann den Berg rauf. Spätbremsen, früh aufs Gas gehen, ich muss Zeit finden. Der sechste Platz war nach dem ersten Run hier mein, ja, mein Ergebnis. Wir gehen hier aus der Kurve raus, komm, bisschen was gewonnen. Jetzt das E-Rest komplett verbrennen, weil am Rest der Strecke braucht man jetzt eigentlich kaum mehr ab in die Kurve rein. Spätbremsen, den Scheitel nur nicht verpassen, ja, so ein bisschen übersteuert am Exit der Kurve, das war jetzt auch nicht gerade das Beste. Ich will natürlich mehr als das Auto hergibt und das sieht man da noch teilweise. Drei Zehntel im Delta, aber der Exit hier war toll, da hatten wir vorher anscheinend einen Schnitzer drinnen. Ab und wir den Körb drüber, die Kurve ganz auslenken, das kostet wie ein paar Tausendstel, aber ab in die Jochen-Rind-Kurve rein. Jetzt noch einmal lupfen, Full Speed, da gehen wir fett auf den Körb drauf, letzte Kurve rein. Wir nehmen in den ganzen Körb mit, das hat nicht gereicht, um eine Verbesserung hier zu machen. Und dann nach dem Steinberg-Aufstück beim Anbremsen zur Kurve 3. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Vor Lando Norris, der von Platz 2 starten wird. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Hamilton, Sainz, Oscar Piastri, Russell, Perez, Fernando Alonso, Leclerc, der Professor, Gasly, Strahl, Ocon, Albon, Bottas, Joe, Magnussen, Zunoda, Riccardo, Hülkenberg, Sargent und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Das war mal eine wahre Enttäuschung. War ein bisschen enttäuschend der zehnte Platz. Ja, was soll man sagen? Aber es war einfach keine Zeit mehr in diesem Auto, in diesen Reifen. Ich hatte viele Rutscher, war vielleicht ein bisschen zu übermotiviert noch von der Sprintleistung. Trotzdem heißt es, wie wir alles geben. Wir haben ja jetzt schon theoretisch einen Punkt und den heißt es vielleicht zu verdoppeln oder vielleicht sogar zu verdreifachen. Ich habe euch ja versprochen, das heutige Rennen hat auf jeden Fall vieles zu bieten. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, abonniert gern kostenlos, schaut gern, wie gesagt, auf Instagram und auf TikTok vorbei und wir sind hier im Starting Grid. Was für eine Strategie werden wir wählen? Wir wählen tatsächlich die Ein-Stop-Strategie. Gelb rein, dann auf Weiß, hoffentlich. Jetzt geht es mal los, Leute. Hauptrennen, Spielberg-Audi-Karriere. Lights out und let's go! So, wir kommen ja gut weg neben Charles Leclerc. Siehe ich zwar, ja, ich habe keine Chance. Bin auch, ja, der Schwächste von dieser Gruppe hier. Der wird aber blockiert von Pierres. Mann! Lance Troll, du voll Psychopath! Was soll denn das? Also du warst safe nicht da beim Scheitelpunkt. Das müssen wir uns in der Gribble nochmal angucken, weil das war wirklich ein Volltrottelmanöver. Aber das passt ja dann ein bisschen, würde ich mal sagen. Da gibt es einen kleinen Wheelbank für Sergio Pierres. Jetzt gelb, der darf nicht überholen. Ich bin gespannt. Wir blicken noch einmal auf diese Replay, denn das war wirklich nicht, nicht das feine Englische. Also tatsächlich, ich komme ja nicht gut weg vom Fleck. Okay, gut, ich habe Lance Troll nicht gesehen und da wird es halt ganz, ganz eng. Ja, obwohl da war genug Platz, also for real. Dass der da so rüber zieht, das finde ich dann auch schon ein bisschen überzogen. Also schreibt gerne eure Meinung bezüglich dieses Crash in die Kommentare. Aber ich bin da wirklich nicht so zufrieden. Hier gehen wir dann rein zu dritt in die Kurve. War, glaube ich, alles fair. Und wir springen in die erste Runde hier erneut rein. Sergio Pierres jetzt hinter mir, gefolgt von Lance Troll. Der Strunovic, der ist ja richtig motiviert in der Anfangsphase. Wir gehen hier rein, auch noch hier als, ja sagen wir mal, 8-Platzierter. 4 wertvolle Punkte wären echt stark. Da quetscht sich aber jetzt an der Außenseite. Pierre Strun, der weiß aber doch, der rutscht da ein bisschen von der Ideallinie weg. Und weiß halt auch, hier kannst du nicht drauf halten. Sonst bist du schneller, als du denken kannst im Kiesbett. Und so ist es auch. Der steckt da zurück. Wir sind jetzt leider aus dem Sekundenfenster draußen. Obwohl es natürlich wichtig wäre, das D.R.S. zu nutzen. Nutzen zu dürfen. Das ist natürlich, ja gerade in meiner Situation hier, das Beste, was mir passieren könnte. War jetzt nicht ganz dumm, dass er da so raus schert und rein hält. Ich mache da keine Kampflieder, weil ich mir doch nicht denke, dass der da drauf hält. Und da merkt er dann auch, hier seht ihr es, da rutscht er so ein bisschen von der Ideallinie ab. Und probiert da zurück zu kommen. Aber dann war halt dann ich schon da wieder. Und da kannst du halt auch nicht mehr viel machen. Pierre ist tatsächlich hier mein Dauerbegleiter, gerade in der Anfangsphase. Drückt sich hier wieder dran. Ich habe es geschafft, mich ins D.R.S. Fenster reinzuarbeiten. Doch war leider beim Detection Point noch eine Sekunde dahinter. Da, was mich natürlich hier jetzt wieder zu freiwillig macht. Da quetscht sich erneut innen der Pierre durch. Und ich glaube, diesmal hat er die besseren Karten. Ja, das ist natürlich nicht gut. Aber das kann man jetzt auch leider nicht mehr stark ändern. Nur nicht direkt vom Nächsten und Nächsten und Nächsten geholt werden. Denn das wäre natürlich der Worst Case. Vielleicht aber ist das auch gut für uns. Denn Pierre könnte mit seinem viel schnelleren Auto uns da so ein bisschen wieder ran ziehen. An diese Gruppe da vor uns. Weil ich hätte das glaube ich aus eigener Leistung mit meinem Bilu-Auto eh nicht geschafft. Aus der letzten Kurve raus hier wieder fett neben die Strecke gekommen. Das kostet Zeit. Und jetzt sind wir erneut in der dritten Runde. Letzte Kurve. Ich bin im D-Race-Fenster zu Sergio Pérez Purple im letzten Sektor. Also da gibt es auch keine D-Race-Hilfe. Das war tatsächlich dann nur fahrerisch meine Leistung. Aus der ersten Kurve geht es hier raus und den Berg rauf. Wir werden hier tatsächlich einen Angriff wagen können gegen Pérez. Wird das reichen? Um hier einen guten Move zu setzen. Ich setze mich an die Außenbahn. Probiere hier so ein bisschen dran zu bleiben. Ich glaube beschleunigungsmäßig haben wir dann doch den Nachteil. Obwohl ich die D-Race-Hilfe habe, ist er trotzdem schneller. Also das ist dann wirklich schon eine riesen Klatschen für mich und mein Team hier. Und in der Innenseite ist er natürlich sowieso viel schneller. Bitter. Wir sind in der letzten Kurve und wir sehen auf jeden Fall, Pérez hat den Anschluss getroffen. Pérez hier im Fight mit Fernando Alonso. Kann ich mich hier wirklich als lachender Dritter durchsetzen? Nein! Wir sind wieder verdammt langsam. Obwohl ich das D-Race-Hilfe ist und alles auftreten darf. Gehe ich hier mit Mille mal in der ersten Kurve an Pérez vorbei. Der ja auch so ein bisschen von Alonso blockiert wurde. Und den Berg rauf müssen wir es versuchen. Gegen den Spanier wird das reichen, um hier einen Move setzen zu können. Ich probiere es an der Innenseite. Aber nein. Alonso zu stabil hier. Keine Fehler. Auch guter Exit. Das wird tatsächlich wieder knapp für mich werden. Denn Mille ist auch schallig leer an uns dran. Und der Ferrari ist natürlich auch einiges schneller. Das haben wir auch vorhin im Sprint schon gesehen. Reicht es hier immer noch, um vorne zu bleiben? Ja. Das funktioniert noch. Alonso kann sich auch mit stark absetzen. Ich verstehe heute auch nicht, warum der Esten so stark im Game ist. Denn das macht absolut keinen Sinn. Den Berg rauf versuchen wir hier mal abzudecken. Aber Leclerc lässt sich nicht abschütteln. Und da hatte ich jetzt mal einen kleinen Rutscher drinnen. Das wird knapp. Das ist wieder dieses Drag-Race Richtung Turn 5. Reicht es hier? Nein, das ist Turn 4. Aber es reicht wieder nicht. Ich muss hier wieder zurückstecken. Neunter Platz. Erneut sind wir hier zurückgeworfen worden. Und zwei sind schon wieder angestellt, um uns hier das Leben schwer zu machen. Mit Perez und Strolls sind hier wirklich auch wieder zwei Raketen da. Und ich freue mich natürlich, dass ich jetzt nicht immer gegen Williams kämpfen muss. Aber ich glaube auch, dass das eine Momentaufnahme ist. Weil halt wirklich Spielberg und auch generell die Spanien-Strecken vielleicht uns ein bisschen besser liegen. Silverstone könnte dann wieder morgen oder übermorgen eine ganz, ganz andere Sache werden. Jetzt hier durch die letzte Kurve durch. Und ja, ihr seht, ich habe schon Kämpfen mit den Reifen, mit dem Auto. Ich rutsche hier wirklich über jede Körbstelle drüber. Das sieht für euch natürlich aus wie, keine Ahnung, sich Zeit beschafft. Aber das ist natürlich nicht demnach, weil ich natürlich auch hier durch dieses neben die Strecke rutschen wirklich immer wieder wertvolle Zeit verliere. Leclerc könnte uns aber jetzt auch wieder ein bisschen verhelfen, indem er gegen Fernando Alonso kämpft. Wer hat hier den besseren Exit? Gelingt es uns hier vielleicht sogar? Und da habe ich es wirklich geschafft, hier mal besser rauszukommen als Charles Leclerc. Könnte es funktionieren? Nein, guck dir das mal an. Die End-Pace von diesem Ferrari ist dann wirklich doch... Die ist wirklich übertrieben schnell. Wir sind hier erneut. Leclerc ist bereits an Fernando Alonso vorbei und da gibt es den kompletten Rauch. Und wir sehen Leclerc gerade weiterfahren. Ich meine, ich... Ja, ich muss mir das Lachen so ein bisschen verkneifen, weil das ist dann tatsächlich Glück im Unglück, Leute. Fernando Alonso jetzt im Sekundenfenster. Kein DRS-Partner. Und jetzt klebt ja so ein bisschen Leclerc hinter uns dran, aber ich finde es lächerlich, dass ich ein so ein... Ja, egal, 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 egal. Wir gucken hier mal in Runde 9. Und ja, da war so ein bisschen mein Versuch da, besser rauszukommen aus der Kurve. Und ich hoffe, dass es auch in der Replay hier drinnen, dieser volle Verbremser... Nein, leider nicht. Jetzt geht es in die Box rein und oh mein Gott, Leute. Ich versuche wirklich alles noch einmal hier rauszuholen, um gegen Alonso vielleicht hier ein Pit-Pit-Duell, wenn meine Box nicht verschasst, da, ja, sagen wir mal Profit zu schlagen. Viele kommen rein, das könnte jetzt echt Glück sein. Leute, bitte, 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 macht das einmal gut. Wir kommen hier saugut weg, müssen aber warten, weil Alonso wieder vorbeigeht. Er hat dann einen ähnlich starken Stopp und ja, das bringt uns halt leider nicht nach vorne. Aber ohne Null könnten wir vielleicht so eine Art Undercut versuchen. Wir kommen hier vor unseren Teamkollegen raus und vor Charles Eclair, der immer noch hinter uns klebt und uns da so ein bisschen verfolgt. 3,6 Sekunden, wir sind bereits in die 15. Runde auch vorgesprungen. Ein paar Leute waren schon an der Box, aber viel getan hat sich nicht. Ich habe keinen Move gesetzen können. Ich habe wirklich bis jetzt hier nur meine Runden gedreht und wir blicken mal drauf. Vielleicht reicht es jetzt mal, um gegen Oscar Piastri und Fernando Alonso was ausrichten zu können. Und hier erneut meine Paradedisziplin aus dieser Kurve rauszukommen ist wirklich eine richtige Kunst. Wir kommen besser raus als Alonso und Piastri. Aber am Ende sind sie dann doch wieder um einige schneller. Vielleicht, ja, es reicht hier mal, um gegen den Senior doch sich durchzusetzen. Aber wird es auch reichen, um gegen Oscar Piastri hier irgendwas nur anstellen zu können? Ja, nein. Ja, ich soll diesen Körper nicht berühren. Ich weiß genau an dich. Trottel fahrt dann halt auch jedes Mal drauf. Ihr habt schon hier das öfter gesehen, dass ich hier fast abgeflogen bin. Oscar Piastri jetzt vorne und das ist wirklich Glück, würde ich mal sagen. Denn der Pre hat auch kein DRS. Aber wenn ich ihn jetzt überhole, ist natürlich die Gefahr da, dass ich dann wieder von ihm überholt werde. Im nächsten DRS. Der Rad hat da hinten über den Körper drüber und da haben wir echt die bessere Chance. Weil ich auch noch hier beim Exit das DRS bekomme. Weil ich beim Messpunkt noch hinten war. Das ist wirklich sehr, sehr genial. Und da sind wir nun auf dem sechsten Platz. Unerwartet, ohne Ende, for real. Also bei der Mercedes da vorne, das ist ja sowieso unschlagbar. Aber Piastri und Alonso im Gepäck. Und da ist wirklich eine Weite, eine Riesenlücke zwischen Alonso und unserem Teamkollegen auf Platz 9. Also bis jetzt schaut das alles sauber aus. Bis jetzt könnte es wirklich gut laufen und gut funktionieren. Und das heutige Rennen zeigt mir halt auch auf jeden Fall, dass nicht nur das Auto was ausmacht, sondern auch die Taktik. Aber vielleicht auch so ein bisschen, ja, diese Reifenwahl. Carlos Sanz und vor allem natürlich auch das Timing. Und DRS ist natürlich auch eine Riesensache. Den Berg rauf zieht jetzt Malosko Piastri erneut an uns vorbei. Und da probiert es jetzt auch Fernando Alonso. Aber nee, nee, nee. Das wird dabei nichts. Wir ziehen hier jetzt wieder unser DRS. Sehen aber doch wieder, dass wir viel zu langsam sind. Das ist wirklich unsere Kunst heute. Wir springen in Runde Nummer 19. Es hat bereits begonnen zu regnen. Die Bedingungen sind gottlos schlimm. Und ihr wisst ja, wie ich persönlich zu diesem Wetter stehe. Und vor allem dann auch, wie mein Auto hier bei diesem Wetter abrasiert. Gar nicht. Wirklich gar nicht. Das Tröpfeln ist aktuell noch okay. Aber ich slide jetzt schon so ein bisschen herum. Dem Berg rauf gibt es einen alten Angriff von Piastri und Fernando Alonso. DRS ist noch nicht deaktiviert. Ich lasse ihm da genug Platz an der Innenseite. Und das war vielleicht zu viel Platz, weil er jetzt wieder vorbeischießt. Reicht das jetzt hier mit dem DRS? Und wir gehen an die rechte Seite. Das sollte funktionieren. Ich nehme mir den ganzen Körper mit, dass es da keine Berührung gibt. Wir sind fünf Runden vor Schluss. Und was sollen wir machen? Die Bedingungen scheinen wirklich gottlos schlechter und schlechter und schlechter zu werden. Aber auch die Konkurrenz ist wirklich verdammt stark. Die drücken hier in jeder Kurve an. Und das heißt wirklich nur noch überleben. Wir gehen den Berg rauf. Und ja, das DRS ist zwar deaktiviert. Aber Oscar Piastri... Ja, nein, das ist noch nicht deaktiviert. Chano ist draußen. Das ist natürlich bitter. Und jetzt gibt es Safety Car. Virtual Safety Car. Das ist natürlich nicht gut. Ich rutsche hier von der Strecke. Es gibt keine Verwarnung. Weil ich ja sowieso langsam bin. Und jetzt wäre es dann natürlich eine Überlegung wäre, an die Box zu gehen. Auf Interst zu gehen. Da sagten mir auch die Reifen. Naja, man weiß nicht genau, ob das jetzt schon... Ja, ob das Regenbedingungen sind. Und ich glaube echt tatsächlich, dass wenn das mit dem Safety Car klappt... Mit dem VSC so lange anhält, gehen wir an die Box. Und natürlich hält es nicht so lange an. Safety Car endet in dieser Runde. Aber ich entscheide mich doch noch ganz spät hier an die Box zu gehen. Obwohl es schon wieder green ist. Also ich habe gemerkt... Ja, das Gras ist heute mein Freund. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass es unfahrbar geworden ist. Mit dazu entscheiden sich auch Fernando Alonso. Nein, der geht weiter. Oscar Piastri und auch sonst niemand. Doch, da hinten auch noch Pérez. Ich habe nicht viel zu verlieren. Ich weiß natürlich, das könnte jetzt ein Riesenfehler sein. Aber wenn sich dazu viele andere auch entschließen, glaube ich, kann das jetzt kein Riesenfehler sein. Wir fallen auf den elften Platz zurück. Weil da jetzt noch ein, zwei Leute vorbeischießen. Reicht es hier, um gleich mal den Härtefall gegen Saintee da auszurichten. Und ja, oh, was mit so einem Flügel passiert, das ist natürlich nicht schön. Aber es reicht hier mal. Naja, mein Auto ist trotzdem immer noch langsam. Aber guckt euch mal diese feuchte Strecke an. Also warum kommt da niemand rein? Das ist so unrealistisch, dass bei diesen Wetterverhältnissen noch jemand weiterfährt. Und vor allem auch natürlich so schnell noch Wetterfahren. Also für mich macht das wirklich ganz, ganz wenig Sinn. Während wir hier noch einmal auf ein paar Highlights blicken. Die 18. Runde, das war jene Runde, in der sich Oscar Piastri hier vorbeigequetscht hat. Und die ich da auch noch gegen füreinander und so. Ja, hart arbeiten musste. Das ist tatsächlich heute ein Riesending aus der Box raus. Blicken wir noch einmal auf dieses Drag Race. Gegen, ja, wer ist denn das? Color Science, genau. Wir gehen hier Rad an Rad im Berg rauf. Hat dann auch gut geklappt, haben wir gerade gesehen. Runde 23. Wir haben noch drei Runden knapp zu gehen. Und guckt euch mal an, wie Riccardo hier, ja, rollt quasi. Wir können den rausbeschleunigen. An Riccardo geht's vorbei. Punkt verdoppelt. Neunter Platz. Vielleicht wirklich könnte das heute eine gute oder auch eine richtig beschissene Idee gewesen sein. Pierre Gasly rollt hier erneut und blinkt auch schon auf. Und was soll denn das, mein Lieber? So rüberziehen, das war nicht irgendwie Kampf oder Ideallinie. Du hast einfach nur, ja, so ein bisschen Angst um deinen Platz gehabt. Die Jungs rollen hier schon mal hinten herum. Aber ist das auch bei den Großen da vorne der Fall? Das wäre natürlich wirklich ein Segen. Zwei Runden sind es jetzt noch zu gehen. 24 und 25. Keiner kommt erneut an die Box rein. Und wir müssen hier on grid dieses Problem lösen. Mal gucken. Der Vorsprung, der schmilzt. Von beiden ersten Jungs vor mir sind es nur noch 3,6 Sekunden. Und jetzt ein paar Kurven später nur noch eine Sekunde. Landstroll vorbei. Siebter Platz, Leute. Alonso ist auf dem Platz, wo ich eigentlich vorher war. Also der ist, glaube ich, noch possible schaffbar. Vorne hin, glaube ich, ist alles vorbei. Es sei denn, es passiert noch ein Wunder, dass wir hier wirklich irgendwie einen Crash oder so erleben. Sonst glaube ich tatsächlich, dass wir da uns zwar nicht verpokert haben, aber einfach die KI unterschätzt haben. Der rollt hier und rudert hier durch die letzte Kurve. Und da gehen wir bereits jetzt hier rein. Das ist der sechste Platz. Wir sind wieder da, wo wir waren. Und haben vier Sekunden in zwei Kurven auf George Russell aufgeholt. Und ich glaube, wenn wir an Russell dran sind, könnten wir auch an Hamilton rangehen. Aber es ist halt auch schon die letzte Runde, Leute. Wird das hier noch funktionieren? Aus der ersten Kurve raus. Alle hier auf den Slick unterwegs. Und der SGP erst wie folgt mehr. Vorne sehen wir die drei Jungs. Und Leute, hätte es wirklich noch eine Runde gegeben. Ich glaube, wir hätten das Rennen gewonnen. Aber es gibt hier keine Runde mehr. Und reicht das noch? Oh, da gibt es den Fehler von Russell. Wir scheren hier aus und gehen tatsächlich in der letzten Kurve an George Russell vorbei. Und haben sogar mit diesem Move an die Box noch einen Platz mehr geholt. Der fünfte Platz für das Audi Team. Was für ein geiles Rennen. Und ich würde echt behaupten, dass wir heute auch zu Recht der Driver of the Day geworden sind. Ich bin verdammt stolz, Leute. Ab zur Siegererung. Die karierte Flagge ist draußen. Wir hören heute wieder die Nationalhymne der Niederlande. Denn das ist der Sieg für Max Verstappen. Das sind vier Rennsiege in Folge, Sascha. Da hat jemand die Meisterschaft fest im Griff. Und die anderen müssen kämpfen, wenn sie das noch verhindern wollen. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Was für ein Finish, 15 Punkte gibt es an diesem Wochenende und wir holen so viele Punkte wie ein George Russell und ein Carlos Sainz, also wirklich zum Vergleich Gasly und Ocon, die meine nächste Rivalen sind, sind hier wirklich weit abgeschlagen. Wir sind jetzt mit 15 Punkten hier wirklich weit nach vorne gekommen und haben das Alpine-Team mal locker überholt, aber es gibt natürlich auch diese anderen Rennen, wo du knapp an den Top 10 schaltest oder halt gar nicht hinkommst, also ich bin heute wirklich Glück im Unglück froh, natürlich eine Runde länger und ich hätte vielleicht sogar mal Champagner schmecken dürfen, aber so hat es dann halt heute doch nicht sein dürfen, aber ich freue mich trotzdem. Was für ein geiles, geiles Wochenende, was für ein unfassbar geiler Sprint, da der vierte Platz und wir dürfen Vertragsverhandlungen machen. Ich würde mal sagen, ich bin nicht zu den Asi und Hor Cano schon in der ersten Hälfte raus, weil das wäre wirklich dann überzogen, denn Rookie muss man schon ein, zwei Jahre Zeit geben. Also in der Rookie-Season musst du ihn mal auf jeden Fall fahren lassen und Cano hat sich auch wirklich verbessert. Natürlich ist er noch nicht auf einem hohen Niveau und ist auch noch viele Rennen lang ganz hinten, aber hat doch schon ein paar Verbesserungen gegeben. Also, wem habt ihr so in den Teams? Schreibt es unbedingt in die Kommentare und ich würde mal sagen, für heute war es das mal. Können wir uns endlich mal ein Upgrade leisten? Ja, in der Euro-Dynamik gibt es heute eine Verbesserung, die dann in circa einem Monat ans Auto kommt. Wir sind morgen und jürgen Morgen ins Oberstern. Bis zum nächsten Mal. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei und abonniert auch keinen kostenlosen Channel. Ciao! Bis zum nächsten Mal.